klaus ganz ehrlich ich überlege ich überlese das mittlerweile schon ich kenne deine beschwerde du hättest am liebsten dass ich an die nach jeder runde zehn minuten pause mache um mich nur um den chat kümmer ist jetzt aber ehrlich gesagt ich meine intention nicht mein hauptding ich will hier zocken und nebenbei so ein bisserl ich bin ich dick und langsam weil du fett bist wenn wir kurz stehen was du da für ein skin genau so der twitch genau ich habe keine ahnung geregelt ganz spannend ich habe es noch nicht gesehen da kommt der nächsten schild hinter uns keiner weiß es links und rechts direkt so habe ich hinter uns immer noch ich komme einfach mal zu euch ja was wird denn hier nur alle fünf jahre wo ist denn hier mein evo schild aktiviert man den turm da kommt noch wer hat jetzt gerber geht die holt von euch aber ich liegt auch leichte munition rum der muss irgendwo hoch ja auch deswegen können wir leichter nicht nehmen die unterstützt oder gold pro dass hier die ist ich habe schon eine goldene mäste da ist noch ein blaues tolle schild bei dem ding das bräuchte das komme ich sehe ich gerade da kommen schon den nächsten der war ja richtig nicht zu weit weg sehe ich gerade da liegt nur goldene spiti habe ich gerade alter machten die so wenig damage alter ich habe es schon wenn man vor allem schnell wenn diese scheiß viecher so nach oben springen ich habe ich habe Da müssen wir lang? Ach da lang. Eine Minute und wir müssen los. Oh ja. Naja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Fast direkt davor. Alter, ist das Vieh direkt. Hm, ging so. Also schwer ist anders, ja. Fand ich jetzt eher enttäuschend irgendwie. Naja, dadurch, dass wir zu dritt waren, war es denk ich mal einfacher. Ja, aber es hieß doch mal, dass da mehr Monster droppen. Jaja, eigentlich droppen, doch eigentlich droppen mehr Proler, soweit ich das weiß. Jaja. Also ich habe einmal mit Phoenix gespielt und einmal alleine und es hat sich nichts für mich verinnert. Keine Ahnung. Ich spiele jetzt auch das allererste Mal. zu mehr Art. Keine Ahnung.